Ulje Gaming zurück mit mir und dem CC Joker bei Uncharted 4 und ich werde jetzt mal CC Jokers Misserfolg vom letzten Mal ausbüten. Das werden wir noch sehen, das werden wir noch sehen. Headshot! Oh mein Gott. Oh, Alter, noch ein Headshot. Alter, was geht denn da? Ja, ich will ja nicht. Was geht denn da? Warum schlussst du das mal an, oder? Ja, warte. Kann jetzt nicht. Schade. Alter, noch ein Headshot, der fehlt jetzt. So, ich muss hier rum, ich muss hier rum, ich muss hier rum, er geht nicht rum, er geht. Oh, jetzt kommen wir. So, jetzt bin ich alleine. Na, jetzt können wir. Warum bist du denn gerade so an Fire? Prost! Scheiß Bier! Äh, Leute, warum hat der Nater jetzt gerade so einen Kranz um die Wumme? Wisst ihr das? Könnt ihr uns das vielleicht mal schreiben? Er hat einen Kranz. Jetzt ist gar nicht die Wumme, okay. Er hat keinen Kranz um die Wumme. Ich schluss gleich. Duck gun, duck gun. Das ist ein Deckungs-Shooter. Oh, 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 oh. Alter, ich hab gar nicht gedacht. Fällt doch mal hoch. Ja, wohin? Hoch! Es schießt schon wieder wer. Ja, dann links rüber. Dann warst du doch letztes Mal. Da, 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 da. Huch! Hä? Hä? Wir sind ja noch weiter links gedacht, aber... Toll, keine Muni mehr. Jetzt bin ich wieder so dämlich wie du. Hilfe! Ja, stell dir mal vor, du hättest keine Muni mehr und wärst immer noch da am Aufzug. Das wär total toll wär das, meinst nicht auch? Äh... Okay, Waffe wechseln. Wenn du da oben bist, sofort Waffe wechseln. Aua! Du Sack! Das gibt Ärger. Genau. Nochmal zurück. Die schießen grad auf dich. Ja, ich merk das wohl. Also das wieder 6. Schuss ist gut. Cliffhanger! Jawoll, der Jakon ja macht. Noch wieder 6. Schuss liegt dran, ne? Ja, ich seh das wohl, aber... Aber nicht von den Typen jetzt erschießen lassen. Aua! Wo soll ich denn lang? Einfach hier hängen bleiben, ist okay. Elena macht das schon. Das ist scheiße. Sehr gute Position. Hol dir erstmal die 2. Und zurück, 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 zurück. Ah! Ihr macht nichts! Ihr macht nichts! Dieser verfickte Bastard macht nichts! Ich werf dich jetzt ab! Ich könnt ausrasten, diese Scheiße! Mann, jetzt geh hoch, du... Facecam Alert, sag ich nur. Ich raste aus dieses Dreckspiel. Beide hier grad ab ausrasten. Ey, ich glaub der fucking Controller ist aus. Mein fucking Controller ist an! Ja, aber der hat wahrscheinlich schon wenig Batterie oder sowas. Wenn du auch das scheiß Cursor-Kreuz benutzt anstatt den Sticks, dann geht das auch nicht. Das ist das Cursor-Kreuz. In welchem Jahr sind wir denn jetzt gelandet? 1895. Ja, glaub auch. Toll, jetzt muss ich erstmal wieder unser Bestellzettel zurückholen, damit ich wieder irgendwelche tollen Zähnen aufreiben kann. Oh nein! Falsche Waffe! Oh, Sniper! Mann, ey! Oh, er geht nicht dahin, wo ich hingehe! Wow! Das ist total lustig hier grad, Leute! Der Jakob, da geht so... Warum machst du jetzt den Sniper? Weil ich mir ges... Alter! Der kleine Spacken da oben! Rassig aus! Da lacht er nur! Ich bin bester Laune, das glaubt er aber! Weil ich hier grad so rockele? Ja! Endlichssache, würd ich sagen! Man muss auch mal ausrasten! Ja! So, jetzt haben sich die Nachbarn beschwert, oder was? Hast du irgendwie nur mal nen Feind gesehen? Bestimmt genug! Ah! Ah! Ich seh hier keinen verfickten Bastard los! Oh! Jetzt juckt's mich auch noch! Ich will gar nicht mehr so... Mann, ich weiß grad nicht wohin! Irgendwohin! Alles besser, als da stehen zu bleiben! Alles klar! Okay, du springst in den Tod! Ich hau dich so! Und da kamst du gerade! Ja, aber ich seh ja immer noch keinen! Ich hab gedacht, ich seh mal vielleicht erst mal... ein paar! Vielleicht hast du es auch einfach ungewollt geschafft! Oder spiel halt langsam Mitleid mit uns! Das kann so rein! Ich werde mal da hingehen! Mach mal! Nee! Erstmal Muni! Muni! Zum Henker! Kannst du doch loslassen! Wie krieg ich das los? L1? Nee, Kreis! Ach gut! So, dann geh mal hoch hinaus, würde ich sagen! Da kann ich nicht snipern! Nee, hier unten kannst du auch nicht snipern, weil nix da ist! Irgendwo muss ja was sein! Oh, jetzt gehst du los! Ja, ja! Ich seh da was! Pass mal auf, dass du nicht wieder um die Kurve gehst! Dann kannst du wieder zurück! Äh! Hab mal gehört, geht nicht! Ja, sehr gut! Wo, 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 wo! Also noch... Erstmal chillen! Erstmal chillen! Ja, ja! Chill mal! Noch alles von vorne, das ist gut! Ja, jetzt den nächsten! Voll! Das war's! Das war Elena! Oh! Nee, da ist noch einer! Aber den kriegst du auch! Noch ein Stück! Ja, von Dumps ist das kriegen! Schneller, schneller, schneller! Ich seh nicht! Zurück, zurück! Erstmal nix! Ich seh nichts! Du schießt durchs Gras! Aber er sieht dich! Jawoll! Endo! Was? Was? Das ist mir grad erstmal egal! Du hast Probleme, Elena! Echt ey! Guck mal ehrlich! Ich hatte das Spiel jetzt grad wirklich ein bisschen Mitleid mit uns! Ich hab ja das Gefühl, es war ein bisschen weniger! Doch! Es war noch schwerer als vorher! Ja! Oh! Er schießt schon wieder! Er schießt zurück! Hinter dir! Nee! Doch! Von rechts! Ja! Eben! Das ist doch nicht hinter mir! Du hast grad nach links geguckt! Ach! Da wär doch oft zu labern! Einer weniger! Noch einer von rechts! Ist nicht wahr! Und von hinter dir! Zielen! Nachladen! Er hat's! Äh sie hat's! Alter noch einer! Ich geh hier durch! Der gleiche! Hedgehog! Hedgehog! Der spawnt die ganze Zeit da! Ja! Wo denn Hedgehog? Hinter dir! Das ist hier grad ein bisschen nervig, ganz ehrlich! Geh nochmal weiter! Ja! Ein falscher Tritt und du musst irgendwie alles von vorne machen! Ja! Ich kenn das! Nicht toll, ne? Wo denn? Nein! Tu's nicht! Okay! Tu's doch! Da! Hey! Sprich zu den Klippen! Die Position ist besser! Na die da vor dir! Na gut! Nee du hältst sie nicht fest! Du fliegst hier raus! Aber ging grad nochmal gut! Mir ist die Position besser um abgeschossen zu werden oder was? Ja ja genau das meinte sie! Die andere Klippen! Da hab wir dich weg! Ganz ehrlich! Egal wohin! Weg! Na gut! Ah schön! Schön! So wollen wir das sehen vom Jarkon! Muss ich irgendwann mal gucken, ob noch was anderes ist! Hinter dir auf jeden Fall nicht! Das ist gut! Ach ne! Links nach links links links! Oder runter! Ja ist auch gut! Ey! Der hat aber gewonnen! Ich sehe gar nichts! Jetzt hast du auf jeden Fall den linken! Decken verloren! Oh ey! Du blöder Wichser! Ganz sauber! Vielleicht ist der Stein auch weg! Hab ich das Gefühl! Der ist äh... Ach mein Blatt! Der hat sich verkochen! Da 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 da! Kleiner Wichser! Oh! Ne die ist weggekommen! Zielen warten! Mann! Auch Kinder ist! Ein Geduldsspiel! Wird der Jarkon das durchhalten! Man weiß es nicht! Ich werd schon nervös! Dann sehen wir in der nächsten Folge! Und so ne! Ja der geht! Runter! Oh! Das macht keinen Spaß! Ja das weiß ich! Dann erschieß doch mal einen! Ich treffe da! Guck mal der steht doch gut! Der steht doch gut! Der steht doch gut! Der jetzt! Der jetzt! Ich baue runter da! Hihihi! Ist das nervig! Ein bisschen! Wenn ich den Tipp geben darf, dann musst du hoch! Sehr gut! Jetzt! Komm! Runter! Das ist doch nicht wahr! Wie viel Granaten haben die denn da? Ja das Problem ist! Ich würde jetzt aber auch nicht einfach so in das Feuer! Hallo! Ey manchmal spackt die Steuerung so ein Werbe! Jetzt! Was du machen könntest! Du könntest jetzt hoch! Und warten bis der Rechte wieder hochkommt! Oder du bleibst da und schickst euch mal die Rechte nach! Das ist ein Stück links! Ja sehr gut! Das ist fucking Wasser! Ah! Und jetzt! Killing! Ja! Headshot! Headshot! Oh oh! Da kommen zwei! Ja aber die stehen ganz gut! Die kannst du jetzt mal töten! Dann mach mal! Ah diese! Diese fucking Granate! Jetzt! Ziel! Ja genau! Hat er sich selbst abgeworfen! So wollen wir das sehen! So halt! Den anderen auch noch weg den Tod reißen können! Hat er oder hat er nicht? Jetzt hat er es! Was? Zurück! Wo sind die? Elina ist hinter dir und ich glaube ich gerade beschossen habe ich so ausgeführt! Ah fuck! Okay du musst doch hoch! Nimm erstmal Munition auf! Du hast nur noch zwei Schuss! Ich habe hier aber keine normale Richtung! Doch da unten da! Hm! Vor dir da! Ja! 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 Ich dachte du bist schon der vielleicht Dings zum Tod ist! Ja! Dann beeil dich doch mal! Das sieht man irgendwen? Nein! Muss ich jetzt von hinten ran oder was? Neh mich an! Okay! Das wird nichts! Komm wir nicht lang! Dann müssen wir irgendeine L1-Action machen! Habe ich so das Gefühl! Ich weiß noch nicht genau wo! Ah man! Von hier könnte es aber gut sein! Es ist gut! Du weißt du vielleicht wen siehst! Mit Sniper vielleicht? Hast du ja noch oder? Ja! Ja! Nein! Scheiße! Ah da! L1-Action da vorne! Oh man! Oh 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 oh! Ich dachte schon! Ne von hier glaube ich nicht! Noch einen höherer Eindruck! Oh man! Mach hin deine Frau stirbt! Scheiß auf die Frau! Ich will einfach nur weiterkommen hier! Die Leute ihr habt es gehört! So ihr seid euch da gekommen! Wohin? Da vorne rechts! Ja! Ich höre was! Ja ich auch! Nichts Gutes! Habe ich denn eine Granade eigentlich? Nein! Und jetzt! Die braucht dich gar nicht! Echt! Bist du okay Nate? Ja ja Schatz! Komm schon! Ja! Ganz ruhig Elena! Ganz ruhig! Echt ey! Ich habe hier gerade die schlimmste Folge ever! Echt! Du machst das doch gut! Echt! Du machst das doch super! Wenn ich sag ne Wache! Ich werde jetzt den Sniper behalten! Wenn du weißt was ich sage! Warum fragst du denn überhaupt? Ich weiß es auch nicht! Warum ich es immer wieder mache! Na gut! Muni habe ich ja noch! Boah! Jungs! Das war nichts für mich! Ich war jetzt ganz entspannt! Ja! Geilster Enrage ever! Ich hätte hier niemanden töten können! Du hast niemanden getötet! Die sich nicht umbringen können! Passiert! Du hast die heute ein bisschen zugehalten! Ich hab's ja nicht hingefreit! Ich hab's ja nicht hingefreit! Du komm mit euch! Du komm mit euch! Meistens haben die diese Einstellung nur Frauen! Aber heute war's du auch mal daran nicht töten zu wollen! Das finde ich gut! Ich verbessere mich! Ich muss ehrlich sagen! Ja, ja, ja! Es bringt nichts sich anzunehmen! Ah Gott! Guck mal da rechts, kannst du bestimmt was abzeichnen! Geil! Bin ich dabei! Ja mal ein bisschen Piano hier jetzt, ne? In der Folge! Ja, Piano, Piano! Einen Scheiß kann ich abzeichnen! Wegen dir bin ich ausgestiegen! Äh, dann flick doch mal! Geh mal zu Carglass und lass dir mal eine Scheibe reparieren! Was war das jetzt, Nate? Kannst du mal wieder den Macker raushängen lassen? Statt einfach die Tür zu benutzen? Nein! Spring mal ganz geil über die Motorhaube rein! Natürlich! Ich dachte, ich könnte mal wieder die Duke Brothers gucken! Die was? Die Duke Brothers? Die Big Brother? Ja, ne, genau! Keine Chance! Wie heißt denn die Serie hier? Die Duke Brothers! Da gab's doch auch... An Duke kommt selten allein, genau! Achso! Diese Verfilmung da mit Sean William Scott und... Ja, ja, und... Johnny Knoxville! Eine fettart Frau, ähm... Ich komme nämlich weiter, mein Freund! Vielleicht muss man deine Winde benutzen! Ja, ich sehe aber noch gerade nicht! Ich glaube, ich fahre einfach weiter rechts! Aber ich glaube, jetzt ist Feierabend! Mhm... Jetzt musst du wieder links fahren! Links? Ich habe gehört, rechts kommt man nicht so weit im Leben! Ja, aber links geht auch nicht weiter! Dann geht's dir vielleicht nicht lang! Huiiii! Alter, das ist schon ziemlich geil, was ihr da macht! Ja, mal rechts! Von da bin ich eigentlich gekommen, oder? Fuh, da geht das! Nee! Aber geht auch nicht lang! Von da komme ich noch! Ein Hinweis! Guck mal! War er echt, ey? Meinen Sie Wildwasser! Ist nicht wahr! Dann fahr mal ganz links lang! Hab ich doch! Gibt es hier irgendwie noch eine Lücke, oder was? Was ist hier? Das sind Steine, du Affe! Nein! Das ist ein Stein! Das ist ein Stein! Nein! Doch! Kann mich nicht mehr umbringen! Ja, rechts lang! Ja, aber da bin ich doch runtergekommen! Ja, fahr links lang! Da geht's nicht hoch! Ja, was denn? Ich komme auch nicht mehr hoch! Macht schon Spaß mit dir hier zu spielen! Sagst du ja, ich steig jetzt aus! Aber das bringt mir auch nichts! Und das auch, das geht nicht! Dann wollte ich mich verarschen! Ist doch immer ein Wildwasser! Zu schwer! Ja, da steig ich aus! Ja, da steig ich aus! So, von hier steig mal aus! Von hier musst du bestimmt irgendwo eine Winde mitnehmen! Kannst du da eine Winde mitnehmen? Oder wo soll ich die denn anbringen? Ja, das sehen wir dann, wenn sie mitnehmen könnte, das kannst du aber nicht! Nein, gar nicht! Das ist schade! So, jetzt nochmal schön kuki kuki! Hat nasse Haare! Ja! Also, ich sehe hier nichts, wo ich lang könnte! Alle Leute werden wahrscheinlich sagen, oh, wird der blind! Da bist du nur hinten rechts und dann nochmal geradeaus! Nee, dann fahre mal hinten rechts und geradeaus! Ah, jetzt auch! Voll gut! Nee, geht's nicht lang! Oder kann man da auch vom Dach irgendwie hochstellen! Aber selbst wenn, was bringt's mir? Das sehen wir dann, wenn du das versuchst! Nee, nee! 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 Geht nicht! Wiii! Dann hier links rechts lang! Da? Ja! Geht nicht! Leggt nichts! Leggt nichts! Kommst du da auf den Stein rauf? Ohne? Genau! Zu Fuß! Ich komm hier nicht raus! Dann haben wir jetzt aufzuspielen! Ich will auch! Erstreng dich mal hier aus! Zurück kommst du auch nicht, oder? Nee, komm ich nicht mehr hoch! Ey, hier muss doch irgendwo was sein! Sind wir schon wieder so blind? Aha! Ist unfassbar! Da runter! Was? Da sind aber irgendwelche Steine! Wieso will ich nicht runter? Auch Wildwasser! Alter, das müssen wir alles wieder rausschneiden! Da geht's nicht lang! Da geht's nicht lang! Da geht's nicht lang! Da geht's nicht lang! Ich kann mir von... Hier geht's lang! Ich steig jetzt hier mal aus! Kannste hier aussteigen! Ich kann nicht aussteigen! Dann steig doch aus! Steig doch aus! Was machst du? Dann fahr mal auf den Felsen da oben und steig dann mal aus! Nochmal! Meinen Sie Wildwasser! Da drückt er so die Treppe! Wo sind die Treppe? Kannst du jetzt rüberpreschen? Einfach so einsteigen! Wieder gerade rüberfahren! Ja! Meinst du? Ja! Jetzt einfach durch! Ja! Das glaub ich weiß nicht! Ha! Bleib stehen! Oh nein! Ist das jetzt gut oder schlecht? Das weiß ich noch nicht! Okay! Aber du bist auf jeden Fall... Ah! Du bist so schlau! Du hast die Kontrolle wieder! Du hast nicht zufällig was zum umziehen dabei, oder? Ja klar! Na doch! Super! Im Flugzeug! Der war ja schlecht! Mhm! So! Haben wir die Scheiße jetzt auch! Lena im Schulmädchenuniform? Ja dann da! Fahren wir durch Schleusen! Verdammter! Fragt mich doch nicht, warum sie eine Schulmädchenuniform dabei sind! Meinst du? Weil sie Nate immer mal wieder überraschen möchte? Ja! So, ich fahr hier gegen und steig aus! Ich finde das gut, wie du deine Ankündigungen auch in Taten umsetzt! Das ist echt gut für dich! Sehr gerne! Mein kleiner Paderwagen! So dann zeig uns wann wir jetzt hier weiterkommen! Ne! Das zeigst du uns! Ich zeig uns das! Jetzt kann ich ja keine dummen Kommentare mehr von nebenan machen! Ich brauche jetzt eindeutig Bier! Ja, ich auch! Das hat mich alles viel zu sehr aufgeregt! Ich guck erstmal nach Schelzen! Nee! Hier ist nix! Mensch! Das ist aber schade! Ich wollte grad schon wieder sprinten! Gut, dass ich das nicht gemacht habe! Ach! Hätte ich so mal einen Warnschuss abgeben können! Das erinnert mich ja nächste Woche an Exletics! Was? Was? Da muss ich auch durch! Wo musst du durch? Exletics! Extrem Hindernislei! Ja, stimmt ja! Wo war das nochmal? Das Ollendorf! Habt das gesehen? Ich komme mit und schmeiß dich mit Matsch! Das kannst du ruhig machen, das ist mir vollkommen egal! Ich werde sowieso mit Matsch beschmissen, die blöde! Dann nehme ich Backsteine! Nach einem Glück hast du dich nochmal erhängt! Das hältst du wohl gerne, was? So, jetzt mal ganz, ganz koscher! Äh... Piano meine ich! Nö, nix Piano hier! Ja, Mensch! Frau ruhig! Ist nicht rum da, du! Ich dreh mal! Elena, fahr! Elena, du bist ne Superbraut! Ist blockiert! Okay, ich versuche das andere! Oh, nee! Welches andere? Du musst an der Wand langhangeln! Ach, die Wand! Ja, ja! Äh... Das ist nicht so schlimm! Ja! Möglich! Oh! Wenn du mal ahnen können, dass du eine fette Sau bist! Ja, tut mir leid! Was? Ich habe mich für Nett entschuldigt! Tust du... Tust du ständig! Ja, leider! Müsst du mich um den Schutz nehmen! Na gut! Fette Sau! So, jetzt... Jetzt dreh doch mal! Mensch! Ich drehe am Rad! Nee, ja! Elena, fahr! Ah, musst du wieder fahren! Los! Abrollen! Pff! Das klappt dem Matsch nicht! Du bist ein Bleibsten Tölpel! Alles gut! Alles gut! Dreh! Alles gut! Alles gut! Vielen Dank.